Polizeiberichte Berlin, 21. Oktober 2023 Wenn du keine Polizeiberichte oder wichtige Meldungen der Polizei Berlin verpassen willst, abonniere unseren Kanal. Bericht, Mieterin stirbt bei Wohnungsbrand. Nummer 1954 Gestern Vormittag ist eine Frau bei einem Wohnungsbrand in Köpenick gestorben. Gegen 9.10 Uhr bemerkte eine Anwohnerin Rauch aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Malower Straße und alarmierte die Feuerwehr. Die Brandbekämpfer drangen wenig später gewaltsam in die Wohnung im Hochparterrein und löschten brennende Möbel. Im Badezimmer der Wohnung fanden die Einsatzkräfte die leblose 36-jährige Mieterin, die trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen am Ort verstarb. Andere Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an und wurden von einem Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen. Bericht, Polizist bei Auffahrunfall verletzt Nummer 1955 In Friedrichshain wurde gestern Nachmittag ein Polizist bei einem Verkehrsunfall verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr der 47-jährige Fahrer eines Transporters gegen 17.45 Uhr die mittlere Spur der Karl-Marx-Allee-Stadt einwärts, als unvermittelt ein Fußgänger auf die Fahrbahn trat. Der 47-Jährige leitete sofort eine Gefahrenbremsung ein. Dennoch soll es zu einer Berührung des Fußgängers gekommen sein. Der 28-Jährige blieb jedoch unverletzt. Hinter dem Pfann fuhr ein Einsatzfahrzeug der Polizei Berlin. Der Fahrer bremste ebenfalls sofort, konnte jedoch ein Auffahren auf das Heck des Transporters nicht verhindern. Während der Passant und der Transporterfahrer unverletzt blieben, erlitt der Fahrer des Funkwagens Verletzungen an einer Hand und am Arm und wurde durch Rettungskräfte zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht und musste anschließend seinen Dienst beenden. Sein Kollege blieb unverletzt. Da der Fußgänger während der Unfallaufnahme psychische Auffälligkeiten zeigte, wurde auch er in ein Krankenhaus gebracht und einem Psychiater vorgestellt, der den jungen Mann stationär aufnahm. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte übernommen. Bericht Verbotene Versammlung Nummer 1956 Nach Bewertung aller Umstände und Erkenntnisse sowie der Abwägung sämtlicher Interessen, insbesondere des Grundrechts auf Versammlungsfreiheit, hat die Polizei Berlin die für morgen, den 22. Oktober 2023, von 14 bis 18 Uhr angezeigte Versammlung auf dem Potsdamer Platz in Mitte Frieden im Nahen Osten sowie die Durchführung jeder Ersatzveranstaltung bis zum 30. Oktober 2023 in Berlin verboten. Basierend auf Erfahrungen der vergangenen Jahre und auch der jüngeren Vergangenheit, weitergehenden Erkenntnissen und der Erstellung einer Prognose hat die Prüfung der Versammlungsbehörde ergeben, dass die unmittelbare Gefahr besteht, dass es bei der Versammlung zu Volksverhetzen den antisemitischen Ausrufen, Gewaltverherrlichungen, dem Vermitteln von Gewaltbereitschaft und dadurch zu Einschüchterungen sowie Gewalttätigkeiten Kommt!